Ja, Körpersprache, klar. Wichtig. Deswegen machen wir jetzt auch noch ein Trainingsspiel gegen die Spielerfrauen. Und Mädels, laufen! Klar. Ja. Ja, klar. Ich bin's der Bundestrainer. Das ist eben dann auch hier der Trainingsplatz in Rio. Hinter mir die Tribüne ist dann eben noch im Bau. Klar, Brasilien. Jetzt spielen wir eben dann auch im Viertelfinale gegen die Franzosen. Und Moment mal, gerade Manuel, kann ich mir mal ein Tast Kaffee machen? Ja, danke. Und wir spielen eben dann auch mit Müller, mit Groß und auch mit Oesil. Hallo, mein Name ist Mesut Öse. Ich bin Fußballspieler von Berauf. Und ich denke eben dann auch, sagen wir mal, das eben dann auch der Philipp für unser Mittelfeld eben auch sehr, sehr wichtig ist. Aber der Mesut ist eben dann auch aufgrund seiner Übersicht fürs Mittelfeld eben dann noch viel, viel unerlässlicher. Mein Spitzname in der Mannschaft ist die Mittelfeld-Rakete. Ja, klar. Apropos Mittelfeld. Moment mal, gerade. Manu, fahren wir einen Bus vom Tor zum Mittelfeld. Da muss der Mesut nicht so viel laufen. Wir haben noch ein ganzes Spiel vor uns heute gegen die Franzosen. Klar. Heute ist ein wichtiger Tag, weil wir spielen gegen die Frankreicher. Ja, Benzema. Bockbar. Sissoko eben dann auch Giroud. Klar, spielen alle Fußball. Sind eben dann aber auch nicht ganz so kosmopolit wie eben dann auch Kevin Großkreuz oder Polti oder eben dann auch Mesut. Klop. Mein Lieblingsgedicht ist Melmen mit Schinkenröhe und Tomate. Und das gibt mir auf dem Feld die nötige Energie. Ja, ich weiß sowieso eben dann auch nicht, was die Leute in Deutschland eben dann auch immer haben. Der Özil hat noch nicht geflennt wie der Neymar. Der Bursche ist trocken. Moment mal, gerade. Manu, drehen wir Wasserhahn zu. Das kriegt der Boateng allein nicht hin. Klar, danke. Der Trainer hat gesagt, ich soll für meinen Beruf als Fußballer noch ein bisschen an meiner Körpersprache arbeiten. Na, Körpersprache. Das hat eben den Ohr, der Hansi Flick heute noch mit den Spielern geübt. Klar. Das heißt, ja, ich will den Ball. Das heißt, ich will den Ball nicht. Und das ist unser neuer Freistoß-Trick gegen Frankreich. Ich tue so, als wenn ich schlafe. Und dann... Tor. Manuel, komm aus der Kiste raus. Mein Handy klingelt. Ja, klar. Liegt außerhalb vom 16. Da musst du auch mal dran gehen. Ja, ich denke eben dann, so ein Freistoß-Trick wird eben dann auch gegen die Franzosen nicht ausreichen. Aber wir haben eben dann auch, sagen wir mal, mein Lieblingsspiel an Mesut. Der Ronaldo ist schon zu Hause bei seinem Ballon-Tor. Aber der Mesut, der hat noch den Ball am Fuß und ist im Turnier. Tor. Manuel, muss schneller vom Handy wieder ins Tor zurück. Ja, klar. Zu langsam. Für mich ist Frankreich eine sehr gute Mannschaft. Aber Per Mertesacker hat gesagt, das ist nur eine Karnevals-Truppe. Ja, Gurkentruppe. Katzenfutter. Mädchen-Mannschaft. Oder wie eben dann auch... Danke, Manu. Wie der Franzose eben auch seine Nationalmannschaft eben dann auch nennt. Äquipe trifft kein Tor. Klar. Ich glaube, wir gewinnen gegen Frankreich 1-1 und ich schieße eine Flanke auf Benzema. Ach nee, ich spiele jetzt bei Arsenal. Dann spiele ich auf Giroud. Manu! Hol mal einen Per aus der Eistonne. Wir fahren gleich los ins Stadion. Spiel fängt an. Ja, klar. Der Per ist eben dann auch... Sagen wir mal, jetzt mein Musikbeauftragter eben. Wenn ich dann morgens auch am Strand joggen gehe, dann sucht der Per eben dann auch für mich aus dem iPod die Musik raus. Heute Morgen hat er mich gefragt, und Trainer, was willst du jetzt hören? Habe ich gesagt, schön muss nicht sein, die Musik. Hauptsache, ich bin schnell. Klar, Ergebnis zählt. Ja, klar. Ich denke dann eben dann auch, wir gewinnen gegen die Franzosen und dann sind wir eben dann auch im Halbfinale. Klar. Ja, das war unser Clip. Jogi Löw und Mesut Özil. Und wenn ihr weitere geile Clips sehen wollt von mir, ich nehme die Brille mal ab. So, dann sehe ich wenigstens. Jetzt hängt die auch noch. Ist egal. Hängt fest. Also, hier oben gibt es den Videoclip zu Goldene Generation. Und da unten seht ihr nochmal den Jürgen Klinsmann trifft Jogi. Auch ein sehr geiler Clip. Und dann natürlich die Frage, wie spielt Deutschland gegen Frankreich? Schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Ich will es wissen. Bis morgen eben dann. Oh, sagen wir mal. Geht nicht. Egal. Wir sind die Goldene Generation. Hol dir die Goldene Generation von Matze Knob. Der offizielle Song der Fanmeile in Berlin. Goldene Generation. Ab sofort überall zu kaufen. Lächeln Linunning hoch. Musik 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 Musik